Mann, schalten Sie nächstes Mal ein bei der Grünen und Nichts Show und unter 25.000 Klicks geht hier überhaupt nichts. Was ist das? Ich will sie vergessen. Es gibt so viele Fragen draus. Ich will sie vergessen. In meinem Herz war sie drin, ja? Ich kann sie nicht so einfach vergessen, ja? Wer bringt das jetzt was, wenn du ihn auseinandernimmst? Ja, Mann. Ich will den Typ morgen so, ich will zu dem hingehen, der wird sagen, ey, ich stecke meinen Schwanz in seinen Maul, Alter, und dann soll er kotzen, Alter. Was? Weißt du nicht den Spruch, Alter? Hier, meine Faust, nicht meine Schwanz, meine Faust in seinen Maul, Alter. Bist du blutet, Mann? Da ist nichts mehr über von dir. Verstehst du, was ich meine? Kennst du das, Alter? Alter. Bren�voll ist ein Ryd, Alter. Bist du biste vonnen? Wörmez ist ein Ryd, Alter. Ich habe ein roher Ei, ich schwöre dir jetzt in ein Glas und trinke ihn. Froschi sagt Manni, Alter. Machen Sie ihn. Proteine bei Eiweiß. Cheers, Manni. Cheers. Cheers. Das ist voll lediglich. Schwein. Wow. Tschüss. Mach die aus so. Nein, das ist so. Du musst dich an den Sack greifen, dann geht es am besten. Prost an die ganze Welt da draußen. Cheers. Cheers. Jawohl, Linne. Eher Schlucke. Ja, das ist ganz schön. Da wird mir da nicht festgelegt, Alter. Das ist so voll hier. Das ist einfach mal an die Hände drauf hingefallen. Wie komm ich denn? Joooooo! Du musst die Beute auf dem Fesch halten, ne? Komm! Und die Speine haben wir. Wer oben an die Lampfladen ist an den Rampfladen. Ich muss ja mal Garten gehen, wenn das Ding geht. Ich kenne mich gar nicht aus, dass ich die Gabel kenne. Ey, es soll ja nicht mal so schlecht schmecken. Ja, schwer, jetzt haben sie Achse. Manche nicht essen, weil es günstig ist, einfach normales Essen. Ja, zum Beispiel der Dominik. Oh Gott! Ich habe ein Bild der Eme. Ich habe die Hunde gekauft. Ja, die Gabel muss ich schon nehmen. Gar nicht so schlecht, oder? Kann man essen? Weiß ich. Jetzt sehe ich die Katzen, ne? Und Ei. Du kannst wirklich essen, das ist kein Problem. Ich weiß nicht. Komm! Juchen! Was geht? Ja, ja.